Musik Hi ihr Lieben, heute habe ich ein ganz besonderes Rezept für euch. Und zwar gibt es die Fusion aus Cookies und Brownies. Das Ganze nennt sich Dumbrookies und als ob das nicht schon lecker genug wäre, habe ich jetzt noch eine Lotus Biscoff Version daraus gemacht. Der Boden besteht aus unserem Cookie-Teig, dann kommt eine Schicht Lotus-Kekse und obendrauf kommt dann unser leckerer Brownie-Teig. Getoppt wird das Ganze mit etwas Lotus-Creme und dekoriert habe ich es dann noch mit ein paar Lotus-Keksen und weißer Schokolade. Es ist so lecker geworden und es sieht vielleicht etwas deftig aus, aber ich garantiere es euch, es ist nicht so deftig. Ich habe die Zuckermenge nämlich auch bewusst reduziert, denn das Ganze soll ja noch genießbar sein und einen nicht erschlagen. Es ist super, super lecker geworden. Die Zubereitung ist auch wirklich nicht schwer. Legen wir also direkt los mit den Zutaten. Wir fangen mit dem Cookie-Teig an und dafür braucht ihr Mehl, braunen Zucker und weißen Zucker, dann noch etwas Butter, Vanilleextrakt, ein ganzes Ei und ein Eigelb, dann noch Schokotröpfchen, etwas Zimt, Backpulver und Salz und die genauen Mengenangaben findet ihr in der Infobox. Gebt eure Butter gemeinsam mit dem braunen und dem weißen Zucker in eure Rührschüssel. Eigentlich kommt hier jetzt auch noch Vanilleextrakt mit hinein, das habe ich leider vergessen, ist aber später nochmal nachgeholt. Die Butter sollte jetzt auch nicht mehr zu kalt sein, also bestenfalls eine halbe Stunde vor Gebrauch aus dem Kühlschrank nehmen. Die Zutaten werden jetzt mit der höchsten Stufe eurer Küchenmaschine für ca. eine Minute schön cremig gerührt. Nach ca. ein bis zwei Minuten haben sich die Zutaten gut miteinander vermengt und danach könnt ihr jetzt das Ei und das Eigelb mit hinzufügen und das wird dann auch nochmal für ca. eine halbe bis eine Minute untergerührt. Jetzt werden die trockenen Zutaten hineingesiebt und vorsichtig untergehoben. Falls ihr wie ich eine Küchenmaschine benutzen solltet, dann macht das bitte auf der niedrigsten Stufe. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch mit einem Teigschabe unterheben. Wichtig ist einfach nur, dass der Teig jetzt nicht überschlagen wird, also nur so lange, bis die Zutaten gerade so sich vermengt haben. Zum Schluss kommen jetzt noch die Schokotröpfchen mit hinein und werden kurz untergehoben. Ihr könnt an dieser Stelle natürlich auch jede andere Schokolade benutzen oder auch gehackte Nüsse. Das ist jetzt euch überlassen. Ich habe eine rechteckige Springform benutzt und die genauen Maße schreibe ich euch gerne in die Infobox. Den Boden habe ich jetzt noch mit einer Lage Backpapier eingekleidet und dann kommt unser Cookie-Teig hinein. Den habe ich jetzt gleichmäßig verteilt und mit einer Streichpalette schön glatt gestrichen. Wenn ihr später einen richtig schönen Anschnitt haben möchtet, dann versucht bitte so gleichmäßig wie möglich zu arbeiten und den Teig überall gleichmäßig zu verteilen. Wenn ihr den Teig gleichmäßig verteilt habt, kommt jetzt noch eine Schicht Lotuskekse darauf. Die habe ich jetzt so gleichmäßig wie möglich darüber verteilt und danach kommt eure Springform in den auf 170 Grad heiß oder umlüft vorgeheizten Backofen für ca. 10 Minuten. Der Cookie wird also leicht vorgebacken und in der Zwischenzeit könnt ihr dann auch euren Brownie-Teig zubereiten. Für den Brownie-Teig braucht ihr Mehl, braunen und weißen Zucker, Butter, Eier, Zartbitterschokolade und etwas Backkakao und Backpulver, zudem noch Vanilleextrakt und wer möchte, das ist jetzt kein Muss, kann noch einen Teelöffel löslichen Kaffee mit hinzugeben. Als erstes wird die Butter in einem Topf geschmolzen und danach fügt ihr Zartbutterschokolade und Backkakao mit hinein. Das Ganze wird so lange verrührt, bis die Schokolade sich vollständig aufgelöst hat. Ich habe noch einen Teelöffel Instant-Kaffee, also löslichen Kaffee mit hineingegeben. Das ist wie gesagt kein Muss, aber ihr müsst keine Angst haben, dass der Brownie später nach Kaffee schmeckt. Das tut er wirklich nicht. Durch den Kaffee wird jetzt einfach nur der Schokoladengeschmack hervorgehoben. Während die Schokobuttermischung ein wenig abkühlt, geht es direkt weiter mit unserem Teig. Hierfür gebt ihr den Zucker gemeinsam mit Vanilleextrakt und den Eiern in eure Rührschüssel und das Ganze schlagt jetzt mit der höchsten Stufe eures Mixers oder eures Küchengerätes für ca. 1-2 Minuten schön schaumig. Wenn eure Eizuckermasse schön hell cremig geworden ist, schaltet ihr die Geschwindigkeit eurer Küchenmaschine oder eures Mixers auf niedrigste Stufe und danach kippt ihr vorsichtig die Schokosauce mit hinein. Wenn ihr die Zutaten miteinander verrührt habt, dann könnt ihr eure Küchenmaschine ausschalten, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Zum Schluss kommen jetzt noch die trockenen Zutaten mit hinein und die werden genauso wie bei dem Cookie-Teig vorher durchgesiebt. Jetzt werden die trockenen Zutaten vorsichtig untergehoben und hierfür nehmt ihr euch bestenfalls einen Teigschaber und wenn ihr dann einen schönen glatten Teig erhalten habt, dann ist euer Brownie-Teig auch schon fertig. Der Cookie-Teig wurde jetzt für ca. 10 Minuten vorgebacken und jetzt kommt natürlich noch der Brownie-Teig. Den verteilt ihr jetzt gleichmäßig über euren Lotus-Keksen und streicht das Ganze schön glatt. So kommt euer Lotus-Biscoff-Brookie für weitere 35 bis maximal 40 Minuten in den Backofen. Wer das Ganze ein wenig Fudgy haben möchte, bleibt bei den 33 bis 35 Minuten. Wer den Brookie aber eher durchbacken möchte, bleibt bei den 40 Minuten. Mein Brookie war jetzt für ca. 40 Minuten im Backofen und den lasst ihr jetzt erstmal ein wenig abkühlen. Der ist nämlich noch zu weich, den solltet ihr noch nicht anschneiden. Also ich habe meinen für ca. 1 Stunde ruhen lassen und danach vorsichtig aus der Form gelöst. Jetzt geht es an die Deko und hierfür müsst ihr euren Brookie nochmal mit der Springform umschließen. Die dient jetzt sozusagen als Tortenring. Ihr braucht jetzt Lotus-Biscoff-Creme und hier könnt ihr die cremige Version oder Crunchy benutzen. Zudem noch Lotus-Kekse und gehackte weiße Schokolade. Und ihr startet jetzt, indem ihr die weiße Schokolade über einem Wasserbad zum Schmelzen bringt. Wenn die Schokolade vollständig geschmolzen ist, kommt jetzt das Glas Lotus-Creme in euer Wasserbad. Nach ca. 1-2 Minuten könnt ihr den Deckel aufdrehen und das Ganze verrühren und danach könnt ihr sehen, dass eure Lotus-Creme auch ganz schnell geschmolzen ist. So, jetzt kommt einer meiner Lieblings-Parts und zwar verteilt ihr die geschmolzene und warme Lotus-Creme über eure Brookie und das sieht schon mal so lecker aus. Das Ganze wird jetzt gleichmäßig verstrichen und danach geht es auch schon weiter. Meine weiße Schokolade habe ich in einen Spritzbeutel gefüllt und verteile sie jetzt quer und in langen Streifen über die Lotus-Creme. Jetzt kreieren wir noch ein richtig tolles Muster und hierfür nehmt ihr euch einen Schaschlik-Spieß oder einen Zahnstocher und zieht damit feine Linien und das macht ihr dann auch immer in der entgegengesetzten Richtung, also einmal von oben nach unten und im nächsten Schritt von unten nach oben. Ganz zum Schluss habe ich obendrauf jetzt noch ein paar ganze und ein paar angebrochene Lotus-Kekse verteilt und jetzt muss euer Brookie nur noch so lange auskühlen, bis die Lotus-Creme wieder schön fest geworden ist. Meine Creme ist wieder fest geworden und jetzt müssen wir natürlich noch die Springform entfernen. Hierfür bin ich mit einem Messer vorsichtig an den Rindern entlang gefahren und danach hat sich die Form auch problemlos lösen lassen. Das ist der Grund, warum ich die Springform schon vor dem Dekorieren einmal komplett von dem Brookie gelöst hatte, damit jetzt die Prozedur nochmal vereinfacht wird. Und fertig ist der wunderschöne Lotus-Biscoff-Brookie. Er ist fast schon so schön, um ihn anzuschneiden, aber natürlich muss ich euch noch die innere Schönheit zeigen. Der Cookie ist schön mürbe, dann kommt die Schicht Lotus-Kekse und obendrauf der schokoladige Brownie. Getopft wird das Ganze dann mit der Lotus-Creme, die alles perfekt abrundet. Und was soll ich sagen, ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist richtig köstlich geworden. Und wie schon am Anfang erwähnt, war es mir ganz wichtig, dass das Ganze jetzt nicht zu süß wird. Deswegen habe ich die Zuckermenge so eingestellt, dass es für mich perfekt geworden ist. Am Anschnitt könnt ihr auch richtig toll die ganzen einzelnen Schichten und auch die Konsistenzen sehen. Es zergeht förmlich im Mund. Es ist einfach nur super lecker geworden. Und ich kann euch nur empfehlen, das Rezept mal auszuprobieren. Falls ihr das machen solltet, dann schreibt mir doch gerne, wie es euch geschmeckt hat und schickt mir eure Fotos über meinen Instagram-Account roxbakery. Darüber freue ich mich jedes Mal. An der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald! so .